Alter, ja, scheiße, bin ich gerade begeistert. Genau, bitte kiste das, würde ich sagen, das war eine Kinderbisssache. Okay, runter. Ah, der Graue spuckt Fliegen und jetzt habe ich schon wieder mein Klopapier vergessen. Wie kann man nur jedes Mal sein Klopapier haben? Wie kann man nur jedes Mal keinen Schlüssel dabei haben? wenn da so ein toller Raum ist. Hey, cool. Meine Mardis spucken deine Lieblingsfreunde. Töten am besten da oben. Was machst du denn, Honey? Bist du völlig gegangen? Also meine Skills heute sind aber nicht so mein Reaktionsvermögen. Ist das eine Ente? Das ist ein Entenreaktionsvermögen. Ich kriege nicht mal was dafür. Oh, es sind die Fleischblumen. Die sind immer ein bisschen... Oh, ein Arcade Room. 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 Ja, wir haben es ja mitgekriegt. Dein Arcade Room. Ja, ist ja gut jetzt. Alle haben es mitgekriegt, dass das ein Arcade Room ist. Lass das doch mal. Give me all your money. Give me all your money. Oh, muss das eine von den Maschinen sein? Gib mir was Gutes. Give me all your God. Give me, give me, give me, give me, give me all your God. Gib mir, gib mir doch mal was Schönes. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Geld, ja, Geld, 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 Geld. Gib mir das Geld, gib mir das Geld. Yay! Gib mir mehr Geld. Gib mir Bampen. Gib mir Schlüssel. Gib mir alles, was du hast. Gib es mir sofort. Los, gib mir das Herz. Ja. Ja. Und jetzt gibst du mir hier noch was Besseres, bitte. Was Besseres. Bitte gib mir was Besseres. Gib mir noch was. Warum gibst du mir denn nichts Besseres? Schlüssel, 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 Schlüssel. Schlüssel. Biep. Ach, du kleiner Cheater. Du hast ihn gar nicht unter den Dingern gehabt. Ich habe genau gesehen, wo er gelandet. Der ist hier gelandet. Doch, habe ich genau gesehen. Was muss auch so? Ich bin schon rot verwohnt. Okay. Blutspende. Kerzen, Geld. Und was gibst du mir jetzt? Schlüssel. Ja, ich hätte gern Schlüssel. Gibst du mir bitte Schlüssel. Ja, danke. Und jetzt gibst du mir... Nein, nicht nochmal Schlüssel. Du gibst mir jetzt Herzen. Du gibst mir jetzt Herzen. Nein, ja, Geld, meinetwegen auch. Aber danach gibst du mir Herzen. Ja, aber danach gibst du mir Herzen. Ja, das ist toll. Das ist toll. Das kriege ich jetzt aber auch, oder? Ja, das ist super von dir. Lieben Dank. Ich versuche ja schon so schnell da reinzurennen, damit ich ein bisschen mehr cheaten kann. Aber nein, ich will das noch nicht. Jetzt will ich es. Dankeschön. 15. Damit könnte ich mir jetzt da drüben in dem Raum vielleicht was kaufen. Oder hier, mach noch weiter. Ich mach die mal kaputt hier. Wir gehen erstmal in den Money, 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 Money Ausgabe-Raum. Uh, das ist toll. Das ist echt toll. Das ist toll. Das ist toll. Aber ich mag meine Kugel lieber. Ich liebe das Spacebar-Items, die Kugel. Die kann nämlich auch ab und zu eins von diesen Herzen geben. Vielleicht kriegen wir noch ein Blutbank-Item oder so, das uns mehr Leben gibt. Das wäre richtig nice. Oh nein, 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 nein. Wenn du jetzt... Hallo, Bombe? Äh, Bombe? Das ist die... Kommst du wieder in den Raum? Hallo? Du blöder Wallhacker. Nein, ich möchte gerne herzen. Gibst du mir bitte Herzenschlüssel? Die sind toll. Ey, das ist echt süß von dir und so. Aber... Katzen, Katzen, Gib mir your heart. Gib mir your heart. Mord. Oder den Scheißhafen. Oder den Scheißhafen. Ach, Schande. Gib mir den Kakaofen. Ich will den Kakaofen haben. Oder ein Hatz. Gibst du mir was Vernunftiges und ich bin lieber zu... Ich mach dich gleich kaputt. Okay, der Bettler guckt immer so süß so. Ha, oh, das hat er genommen. Ach, falsch. Oh, willst du? Ha, okay, ja, was ist das? Ah, ich misse das dann schon mal durch. Oh, muss ich sagen, oh, falsch. Oh, ist so. Oh, okay, ja, was will ich da? Guck mal herzen. Ja, wo sind sie denn drunter? Oh, da hat sie falsch geraten. Und das sind noch mal herzen, was ich hier drücke ich habe. Oh, guck mal da. Oh, nein, 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 ich einsammle. Dankeschön. Oh, Geld, aber sehr gut. Oh, ich kriege Geld. Oh, ich finde, heute wohnt das echt. Oh, das hat er nicht gekriegt. Oh, bitte doof. Oh, sogar Geld. Oh, das ist ein Schlüssel. Ich brauche aber keine Schlüssel. Ich bin doch egal, das ist ein Schlüsseltoter. Oh, ich kriege aber sowieso nicht. Oh, der ist so süß. Oh, herzen, 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 herzen. Herzen, 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 herzen. Ich möchte gerne bitte nochmal ein Herz haben. Oh, come on. Stupid Skipper. Boah, habe ich jetzt ein Pech, Alter. Jedes Mal zeig der ein Herz an, ich kriege nichts. Oh, Mann. Aua. Na toll. Bomben. Ja, eine Bombenstimmung. Notfalls spreng ich den kleinen Bettler einfach. Da kenne ich doch gar nichts. Ach, noch mehr Bomben. Herzen. Ich will Herzen und keine Fliegen, du dämliches Stück. Ich will auch keine Bomben, Mann. Nein, gibst du mir ein Herz? Komm. Oh, Geld, ja, das geht auch. Oh, so, geht doch. Oh, Bomben, ich will keine Bomben. Ich habe gesagt, ich will davon keine haben. Herz, nein. Herzelein, du musst nicht traurig sein. Na toll. Kein guter Money Run. Kein guter Money Run. Absolutely not. Gibst du weg? Na ja, mal gucken. Vielleicht finde ich ja noch im Laufe des Raumes hier Geld und so. Jetzt gehe ich erst mal da rein. Wird die Stütte denn jetzt hier fire rate up? Fire rate up? Alter, was ist das denn? Boah, ich sollte mehr Pilze fressen. Wir sehen zwar ein bisschen komisch aus, aber Pilze. Uh, uh, uh. Die sind ja, die sind ja, die spucken Bomben. Warum kriege ich immer die Grauen jetzt? Guck du auf. Das ist irgendwie so eine Grey Zone hier. Shades of Grey. Äh, wieder werde ich abartig krankes Buch. Hab Präzision gelesen und bin überhaupt nicht begeistert, dass so etwas so weiß verkauft wird. Da liest man ja lieber Twilight. Geh weg. Da ist noch ein Herz, das könnte ich in der Maschine spenden. Oder ich brauche es später auch, aber ich könnte das hier benutzen. Solat. Dann spende ich doch jetzt nochmal ein kleines bisschen mein Leben der Maschine. Arcade, Arcade. So. Oh. Uh. Gut. Hier, hast du Geld. Da. Gibst du mir jetzt bitte meinen Scheißhaufen? Ich will sofort meinen Scheißhaufen haben. Gibst du mir sofort meinen Scheißhaufen? Ja, ja. Bitte, 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 bitte. Oh, ich hasse dich, du kleiner Kackmittler. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Das ist einfach so gemein. Ich könnte doch da drüben Blut spenden. Ach nee, dann verbrauche ich mein schönes Soul Heart. Oh, 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 oh. Ich hasse mal. In dieser Kombination von Raumsintimaten richtig ätzend. Gut, dass hier alles wenigstens die blaue Pläderbrühe gefallen sind. Jetzt habe ich hier so viele Herzen übrig und keine Maschine mehr, wo ich mein Blut spenden kann. Schlüssel, Pumbo, Yay, Magen, Begen, und ich bin so klein, das ist so süß. Wie sie so süß. Wie sie so... Oh, das ist ja eine fette Fliege, weil da eine fette Fliege hier gespawnt ist. Das geht ja mal gar nicht. Jetzt habe ich schon wieder blutlos geleckt hier. Und tot. Oh, die Fire Raid ist so geupdatet. Oh, das ist unglaublich. Oh, da muss ich ja aufpassen. Oh, nicht da reinrutschen in die Stacheln, Hanni. Nicht in die Stacheln rutschen. Stacheln sind gefährlich. So. Dann machen wir die Madis hier ordentlich platt. Mann, das sind aber ganz schön fette. Boah, so viel... Das ist doch... Äh... Egal. Noch einmal. Bringt gar nichts. Ich will mich auch nicht umbringen oder so. Kommst du her? Bitte! Das ist doch unfair. Wieso droppt das Zeug, Niewat? Da spendet man schon alles, was man hat. Tja, da kippt man sein letztes Herz für. Einmal könnte ich noch. Aber das hebe ich mir lieber auf. Nachher mache ich mich irgendwie kaputt. So wie jetzt hier. Den spreng ich schon mal. So. Komm mal. Komm. Ja, komm. Ja, 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 ja. Ah, ich kann mich an der Seite verstecken. Komm hoch. Ja. Komm. Ja, komm. Das ist doch kein Problem für mich. Boah, hier schon. Oh, gut, dass ich so viele Bomben habe. Dann mache ich ihn hier früher frei. Der guckt dann so extrem dämlich. So, jetzt kann ich den Fetten hier oben erwischen. Komm. Ja, komm. Ja, hast du Angst oder was? Hallo. Alter. Komm hoch. Ja, komm. Ey. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Komm hoch. Bitte. Oh, bitte. Alter. Alter. Hallo. 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 Boah, das nervt. Der nervt voll. Der nervt einfach nur. Wie sau. Was macht die? Bombs-Arkis. Na toll. Das ist, das ist schön. Oh, Dreck. Ach, Dreck. Dreck. Geld. Ich muss jetzt nochmal zu meinem kleinen Bettler gehen. Ich meine, die Chancen stehen ja so ganz gut, ne? Ich glaube, ich gehe nochmal betteln. Ich gehe nochmal zum Bettler. Hallo, Herz, das ich eventuell später brauchen könnte. Okay, Drew. Und du gibst mir jetzt den Scheißhaufen. Sofort. Ich verlange sofort die Scheiße. Sag mal, ein bisschen mehr RTL und verkauf mir mehr Kacke. Oh, ja. Bitte meinetwegen leben. Das ist toll. Ich will die Kacke. Gib mir die Kacke. Gibst du mir Kacke? Gibst du mir Fliege? Kleines Stück Dreck. Ey, der cheatet. Ich weiß das. So viel Pech kann man doch gar nicht haben. Das muss doch mal wieder klappen hier. Ich habe meinetwegen Bomben, wenn ich wenigstens wieder ein paar Bomben habe. Ich hasse den kleinen, wie die Pest. Stirb. Danke. Besser als gar nichts. So, ich gehe jetzt noch hier rein. Weil ich total lebenswürde bin. Nicht durch den ausreiten. Ja, das stimmt. So, jetzt machen wir den noch kaputt. So, und jetzt machen die, explodieren ja dann Kugeln. Müssen wir so ein bisschen aufpassen, wo man hinläuft. Los, brav. Oh, ah, oh. Ah, das war knapp. Gleich ist nämlich meine Kugel wieder aufgeladen. Oh, heilige Kugel. Die benutze ich dann notfalls im Bossraum. Notfalls. Aber ansonsten hebe ich mir dann die nächste Karte auf. Mardis. Mardi, Mardi. Schneider-Power. So, die hätten wir schon mal. Dann kann ich noch die hier erledigen. Und jetzt kommt es noch der auf Nase. Das kriegt das kleines Mädchen. Mardi, Mardi, Mardi. So. Wie nach, wir haben hier Pistola. Der wird jetzt ge... besiegt. Oh, das ist die graue Version. Der macht dann auch Bombenfliegen, oder? Bombenstimmung, ey. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich will erstmal nur mal einen von denen hier kaputt machen. Na gut, dann mach ich ja zwei gleichzeitig kaputt. Ja, der macht Bombenfliegen. Die kann man aber auch zu seinem eigenen Vorteil benutzen. Ich meine, mach ich jetzt extrem damage. Ich bin auch wichtig. Ich weiß nicht. hoop ich bin nada. Ja.